Ausflug Am Ende eines Ausflugs ein Blick zurück, Die grauen Häuser liegen fern im Dunst. Ein Blick zurück, ein Graben zwischen Weg und Feld, Ein Schlagloch, ein Sturz. Den Kopf bettet nun in Butterblumen mir, Den Bauch bedeckt mit Gras, Flüstert verzauberte Worte in das kreiselnde Rad. So geht ein Ausflug zu Ende, Aber in Speichen dreht sich der Himmel. Ausflug Der Ausflug selbst ist weniger das Thema, Vielmehr stellt sich die Frage, Was da am Ende eines Ausflugs passierte. Ein Blick zurück, Die grauen Häuser liegen fern im Dunst. Dass dies kein Nebeldunst ist, Sondern der Dunst eines getrübten Bewusstseins, Der Verdacht drängt sich auf, Denn es folgt noch ein Blick zurück, Ein Graben zwischen Weg und Feld, Ein Schlagloch, ein Sturz. Wie schlimm war der Sturz? Den Kopf bettet nun in Butterblumen mir, Den Bauch bedeckt mit Gras. Man könnte das als die Wahrnehmung In extremer Zeitlupe verstehen. Das ist vielleicht die Position, In der der Sturz enden wird, Mit dem Kopf in den Butterblumen Und dem Bauch im Gras. Und diese Aufforderung An eine sehr abstrakte Allgemeinheit Ist ein Ausdruck in die Willenlosigkeit, Die sich ergibt, Wenn man nun mal schon stürzend unterwegs ist. Flüstert verzauberte Worte In das kreiselnde Rad. Es ist eine sehr unwirkliche Situation, Und der Gestürzte hat diesen Absichtslosen Blick auf das sich Sinnlos weiterdrehende Vorderrad, Das noch vom Schwung der Fahrt Angetrieben ist. So geht ein Ausflug zu Ende, Aber in Speichen dreht sich der Himmel. Der Gestürzte steht so unter Schock, Daß er keinen Schmerz spürt. Stattdessen verspürt er nur Eine selige Gleichgültigkeit, Wenn er schräg aus dem Graben Auf das Rad blickt, Das offenbar irgendwie oberhalb Von ihm zu liegen kam. Daß sich sein Zustand in fünf Minuten ändert, Und er fluchend wieder aufsteigt, Dagegen spricht, Daß es sich um das Ende Eines Ausflugs handelt. Wir hoffen mal, Er ist nicht alleine unterwegs, Der Rettungswagen kann gerufen werden, Und wir wünschen für die Genesung Von Gehirnerschütterung Und gebrochener Schulter Alles Beste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020